So, gut, dann haben wir schon mal 16 Eisen verbraten, allein für die Flügel, könnt ihr euch ja schon mal vorstellen, wie das werden wird. So, dann brauchen wir ein bisschen Leder, das haben wir ja auch, wir brauchen nämlich Räder. So, dann brauchen wir wieder mal 2, 3 Eisenkerne und 1, 2, 3, ja, das passt ja gut. Gut, okay, dann nehmen wir erstmal nur 2 Räder, so, 1, 2, dann müssen wir nochmal zu unseren Kühen, brauchen wir nochmal 3 Leder, brauchen wir dann nochmal. Gut, dann machen wir erstmal das Schwänzken, dann haben wir das nämlich schon mal hinter uns, so. Gut, dann lege ich mir das schon mal zurecht hier, damit ich das weiß, wo haben wir den Platz zum zurechtlegen, nirgends. Nium, 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 hier das Schwänzken. Muss ich noch eine Extrakiste machen oder was? Ah, ein Eisen haben wir noch. Wo lege ich denn den ganzen Müll hier hin? Oh, wir haben noch so viel Werkzeug. Flugzeuge. Da muss man ein bisschen Platz machen hier, damit ich hier Flugzeug mal vorbauen kann. So, dann das Schwänzken, obwohl das kann ich auch noch da hinten legen. Dann hier die Tragflächen. Dann kommt hier noch so ein Türen-Dingsbums rein. Hier kommt das Cockpit rein, hier der Motor und das Propellerchen. Und alles aus Eisen. Das wird teuer. Das wird teuer. Das wird teuer. So, das Dings können wir eigentlich auch schon mal bauen hier. Da brauchen wir nämlich eine Eisentür für. Ja, das wird alles nicht billig. So, die müssen wir dann hier reinsetzen und dann müssen wir hier einmal Eisen rummachen. Dann haben wir hier schon mal dieses Passenger Bay. Okay, das brauchen wir nämlich auch. Das kommt dann da hin. So. Dann das Cockpit. Können wir uns das schon machen? Das müssten wir uns auch schon machen können. Dafür brauchen wir ein bisschen Glas. Ich glaube, das haben wir da hinten. Ein Glas. Dann brauchen wir... Ach nee, wir brauchen noch Räder. Also das können wir nicht machen. Oh, jetzt wird es dunkel. Dann schlafen wir mal ganz schnell, bevor wir zu den Küchen gehen. So. Und dann werden wir auf alle Fälle nochmal Eisen suchen müssen. Bevor wir das Flugzeug zu Ende bauen können. So, Kühe. Wie sieht es denn bei euch aus? Ach nee, warte. Wir wollen denen ja nicht direkt Angst machen. Oh, guckt mal, liebe Tür. Ihr seid ja lieb. Jetzt habe ich kein Weizen mit. Ich hätte die erst nämlich mehren müssen. Naja, gut. Dann gehen wir erstmal mehren. Weizen, wo bist du? So viel werde ich nicht brauchen. Das sollte lang. Na, lass mich raus. Ja, erstmal wieder klar. Ich nehme wieder auf und ich bin hier wieder am rumäuspern. Die ganze Zeit ging es gut. Naja. Jo, hallo. Einmal und zweimal. Und einmal und zweimal. Ja. Dann seid mal lieb. So. Und dann hoffe ich, dass ihr ein bisschen Leder gebt. Du zum Beispiel. So, wie viel haben wir? Zwei. Hm. Brauchen noch zwei. Du? Hast du Leder? Na, du sollst nicht wegrennen. Du sollst mir sagen, ob du Leder hast. Drei. Drei. Eins fehlt mir noch. Na gut. Du hast noch Leder. Ja. Passt doch. Danke. So. Ich muss mal wieder mehr Kühe machen. Ist so wenig geworden. Boah, die Musik ist heute anstrengend. So. Na toll. Die ist auch nicht viel besser. Ah. Schon ein bisschen angenehmer. So. Weil so dramatisch, das machen wir ja nicht hier gerade. So. Dann machen wir nochmal ein Rädchen. Dumm, di dumm, di dumm, di dumm. So. Dann haben wir zwei Rädchen. Dann brauchen wir ein Boot. Äh, nicht ein Boot, sondern ein Mienkarren. So. Und dann war es das, glaube ich, auch schon. Ein Mienkarren. Rädchen, Rädchen, Glasdach. Dann haben wir ein Metal Cockpit. So. Tada. So, das teuerste kommt noch. Das ist nämlich der Motor. Muss wie gesagt ein Sternmotor sein. Aber den Propeller müssten wir schon hinkriegen. Warte mal. Der war, wenn ich mich nicht täusche, war er so, 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 so. Oder das unten, das oben, das unten. Da, so war er. Genau. Und schon haben wir nur noch elf Eisen. Da kriegen wir keine Motoren draus. Nee, 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 nee. So. Dann würde da noch hier Bone Meal hinkommen. Also weiß, ne? Und, ähm, wann war es das? Ja, wie gesagt, der Motor fehlt noch. Der muss hier noch hin. Aber dafür brauchen wir noch mehr Eisen. Das ist doch grauenhaft. Grauenhaft. So, und das Eisengitter können wir mal da reinlegen. Njum, 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 njum. Boah, so viel Nederkram. Ähm, ja, was machen wir denn in der Zwischenzeit? Jetzt wieder in die Höhle Eisen sammeln, habe ich ehrlich gesagt auch keine Lust. Aber ich glaube, wir kommen nicht drumherum. Ähm, irgendwas wollte ich doch jetzt. Ah, genau, ich habe hier noch Fleisch. Können wir nochmal braten. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir nochmal raus. Und gucken, ob wir noch ein paar Kühe finden. Weil ich glaube, da hinten schwirrt nämlich noch jede Menge Viehzeug rum, was wir noch einfangen können. Na, auf jeden Fall Schafe und Schweine. Nee, das Loch müssten wir eigentlich auch mal dicht machen. Hm, was haben wir denn? Schafe, Schweine. Aber keine Kühe. Waren da oben nicht noch Kühe? Das letzte Mal. Da ist noch eine Kuh. Hallo Kuh, du darfst mal mitkommen. Hallo, danke. Komm mal mit. Ja. Das ist eine liebe Kuh. Ja, und du guckst auch gar nicht, treu, doof. Ähm. Hier rein. Ja. Danke. So. Kannst du denn schon wieder? Nein, du kannst noch nicht. Also brauche ich noch nicht mehr. Ach, warum nehme ich eigentlich das Schwert? Ich hätte auch mal mit der Stand schlachten können, ne? So ein schöner Kopfschuss oder so. Hm, naja. Das nächste Mal dann. Hm. So. Was machen wir noch? Schweine, Schafe könnten wir eigentlich auch mal. Ich weiß zwar nicht, ob wir je so viel Wolle brauchen oder wofür. Aber was wir haben, haben wir. Vielleicht bauen wir ja irgendwann mal in der Stadt was aus Wolle. Dann nehmen wir die mal mit. Mööö. Komm her. Ja. Mööö. Mal eben umgucken. Da lang. Ey. Du darfst auch mitkommen. Danke. Okay. Mööö. 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 Da rein. Mööö. Mööö. Na komm schon. Hier rein. So. Ja, ja, ja. Ich ja gut. Lasst mich doch jetzt mal hier. Ich will doch da erstmal zumachen. Naja gut. Da habt euch mal lieb. Seid ihr mindestens beschäftigt. Und lasst mich in Ruhe. So. Gut. Schweine könnten wir auch noch ein paar gebrauchen. Obwohl wir ja eigentlich durch die Kühler genug Fleisch kriegen. Aber was man hat, hat man. So. Komm her Schweinchen. Oh, Vorsicht Loch. Nicht, dass du dir wehtust. Noch ein Loch. Walk, 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 walk. So. Eins, zwei, drei, vier. Seid ihr auch beschäftigt. Haben wir das auch schon mal erledigt? Da müssen wir hier das Loch mal stopfen. Haben wir Erde mit? Nicht viel. so machen wir das schon mal und das Loch ist natürlich jetzt noch auf naja gut so eigentlich wollten wir noch was im Dschungel machen habe ich eigentlich gesagt im Moment wenig Lust zu ja werden wir noch mal Eisen sammeln müssen ich glaube aber hier unten unsere Ecke war erschöpft also werden wir noch mal zum NPC Dorf am besten düsen und uns dort noch mal Eisen rausholen da war ja glaube ich noch jede Menge was wir hätten machen können ich muss mir eben gucken was mein Inventar macht wir brauchen ja jetzt nicht jeden Mist mitschleppen was habe ich denn noch alles dabei sagt mal ein Eisenschwert noch achso hier haben wir unser rotes Diamantschwert eine Eisenschaufel ist schon mal nicht schlecht so die Hau brauche ich auf keinen Fall die können wir getrost hier lassen so Fleisch können wir mal mitnehmen die zwei Äppelchens auch komm die Pfeile brauche ich eigentlich auch nicht altmodischer Kram Pfeilung wir haben doch was besseres siehst du dafür müssen wir uns auch noch Munition machen siehst du 1,2,3,4,5,6 ich weiß nicht ob jetzt 6 langen nehmen wir das Eisen mal mit müssen wir auch erstmal wieder ähm die Stan war hier ne war hier die Stan äh ne offensichtlich nicht dann gehen wir da an die Stan da haben wir sie doch da ist die Munition 2 Eisen Gunpowder so 1,2,3,4 ach sind wir mal verschwenderig nehmen wir mal 4 mit ähm dann nehmen wir das restliche Eisen auch mit und Gunpowder ne das Gunpowder können wir hier lassen das brauchen wir nicht mitnehmen weil wir können uns unterwegs eh keine Munition nachmachen weil ich ja nur eine Waffenkiste hier habe so so das wird ja unser Flugzeug ja wir müssen noch Eisen machen Eisen machen Eisen machen so Spitzhacke was habe ich denn hier noch guck mal ich habe sogar noch eine Eisenspitzhacke nehmen wir die doch mit die die könnten wir euch auch mal aufbrauchen so ähm paar Sticks noch für Fackeln ähm ähm hallo ich verklick mich neuerdings ständig da haben wir ja noch ein paar Sticks so dann kann ich den einen auch da lassen das nehmen wir trotzdem mal mit Cobblestone Kies mhm naja können wir zur Not auch da in die Kiste schmeißen ja und ein Flugzeug brauchen wir was nehmen wir denn komm fliegen wir mal mit nach Fokka wenn diese denn Sprit hat das weiß ich jetzt gar nicht irgendeiner hat ja Sprit und irgendeine nicht ähm haben wir denn noch Sprit Kohle Eisen haben wir noch wir können uns zur Not noch was Sprit machen fliegen wir mal mit der Fokka hier rüber so ähm ne wir können uns kein Sprit machen wir haben zu wenig ne wir brauchen ja noch ein Eisen haben wir so ähm da glaube ich so nehmen wir einmal Sprit mit und ja dann fliegen wir mal mit der Fokka rüber ne machen wir jetzt mal so Marsch ähm in die Nacht hinein nein ne 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 wir warten mit dem Spritkanister in der Hand legen wir uns ins Bett und versuchen nicht zu zündeln hihihihi so ab geht's so benehmt euch hier ne schön lieb sein Papa geht mal kurz weg muss Eisen sammeln so ja hier unser Hangar ist leer dann können wir eigentlich beim nächsten hier zwei Flugzeuge mal rein stellen das müssen wir sie nicht mehr auf Tasche haben so Fockerchen, komm, zack, da bist du, rein da, E drücken, nee, R drücken, für Fuel, reinlegen, zack, so, hat diese jetzt eigentlich Bewaffnung hier, ähm, nochmal R drücken, ganz, ja, die hat Bewaffnung, aber haben wir natürlich jetzt nicht, würde auch wieder sehr viel Eisen kosten, so, zack, und F5, und die Maus umstellen, und, äh, ja, wollen wir mal los, NPC-Dorf, wir kommen, so, wir sind ein bisschen dicht dran, ist ein bisschen ungünstig, und, äh,